Hallo Leute, in heutigem Video werdet ihr einige der besten kabellosen Rasentrimmer kennenlernen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibungsbox unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um als erster über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 5 haben wir den jüngsten Akku-Rasentrimmer. Vorstellung des jüngsten Akku-Rasentrimmers, Modell A, die ultimative Lösung zur präzisen und mühelosen Rasenpflege. Dieses innovative batteriebetriebene 2-in-1-Werkzeug wurde entwickelt, um eurem Rasen einen professionellen Schliff zu verleihen, indem es effizientes Grastrimmen und präzises Kantenschneiden in einem vielseitigen Paket kombiniert. Zweifache Batterieleistung, ausgestattet mit zwei leistungsstarken 2,0 Ampere Stunden Batterien gewährleistet dieser Rasentrimmer eine verlängerte Laufzeit, sodass ihr größere Flächen ohne Unterbrechungen abdecken könnt. Das mitgelieferte Schnellladegerät lädt beide Batterien effizient auf und sorgt für minimale Ausfallzeiten zwischen den Aufgaben. Zusatzschieberad Der Jüngster-Trimmer wird mit einem zusätzlichen Schieberad geliefert, da Stabilität und Kontrolle während des Betriebs erhöht. Diese Funktion ist besonders nützlich beim Manövrieren auf unebenem Gelände und gewährleistet einen gleichmäßigen Schnitt und saubere Kanten. Auf Platz 4 haben wir den kabellosen Riobi Rasentrimmer. Vorstellung des kabellosen Riobi Rasentrimmers Old 1832, Modell, 5.133.2813, ein leistungsstarkes Werkzeug, das eure Rasenpflege auf die nächste Stufe hebt. Dieser Trimmer bietet außergewöhnliche Schneideleistungen, präzise Kontrolle und eine Reihe von Funktionen, die die Rasenpflege zum Kinderspiel machen. Fortgeschrittene Schneidleistung Der Riobi Old 1832 kabellose Rasentrimmer liefert professionelle Schneiderergebnisse, die für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild des Rasens sorgen. Mit einer Schnittbreite von 25 bis 30 cm könnt ihr eine beträchtliche Fläche mit jedem Durchgang abdecken und somit Zeit und Mühe bei der Rasenpflege reduzieren. Batterie und Ladegerät nicht enthalten Der Old 1832 Trimmer wird als Einzelgerät verkauft, ohne Batterie und Ladegerät. Diese Funktion eignet sich für diejenigen, die bereits Riobi kabellose Werkzeuge und Batterien besitzen und ihr vorhandenes Batteriesystem nutzen können, um die Gesamtkosten zu reduzieren. Individueller Komfort Der Teleskopgriff kann an eure Größe angepasst werden und bietet einen bequemen Griff, der die Belastung eurer Arme und eures Rückens reduziert. Dies gewährleistet ein angenehmes Erlebnis während des längeren Gebrauchs. Kostengünstige Lösung Als Einzelgerät ist der Old 1832 eine kostengünstige Option für Personen, die bereits Riobi kabellose Werkzeuge und Batterien besitzen. Ihr könnt eure Werkzeugsammlung ohne unnötige Doppelkäufe erweitern. Auf Platz 3 haben wir den Makita Duo 181Z Akku Rasentrimmer. Wir stellen vor, dem Makita Duo 181Z Akku Rasentrimmer, die perfekte Lösung, um mühelos einen gepflegten Rasen zu erhalten. Dieser Trimmer vereint modernste Technologie mit ergonomischem Design, um ein außergewöhnliches Trimmerlebnis zu bieten und ihrem Garten ein sauberes und ordentliches Aussehen zu verleihen. Akku und Ladegerät nicht enthalten Der Duo 181Z Trimmer wird als Basisgerät verkauft und bietet Flexibilität für diejenigen, die bereits Makita 18 Volt Akkus und Ladegeräte besitzen. Dieser kosteneffektive Ansatz ermöglicht es den Nutzern, ihre vorhandene Akkuinfrastruktur für mehrere Werkzeuge zu nutzen. Ergonomisches Design, der ergonomische Griff und die leichte Bauweise des Trimmers machen die Verwendung über längere Zeiträume hinweg komfortabel. Minimieren Sie Belastung und Ermüdung und pflegen Sie gleichzeitig Ihren Rasen mühelos. Auf Platz 2 haben wir den Bosch Akku Rasentrimmer. Wir stellen vor, der Bosch Akku Rasentrimmer Advanced Grass Cut 36, ein modernes Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihre Erfahrung in der Rasenpflege neu zu definieren. Mit seiner leistungsstarken Leistung, benutzerfreundlichen Funktionen und präzisem Schnitt ist dieser Trimmer ein Muss, um einen perfekt gepflegten Rasen zu erreichen. Kabellose Freiheit Verabschieden Sie sich von verhedderten Kabeln und begrenzter Reichweite. Dieser kabellose Trimmer bietet die Bequemlichkeit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit, sodass Sie Ihren Garten mühelos navigieren und jede Ecke mühelos erreichen können. Optimierte Leistung Der Advanced Grass Cut 36 arbeitet mit Bosch 36 Volt System und bietet ausreichend Leistung für effizientes und effektives Rasentrimmen. Erleben Sie eine gleichbleibende Schneidleistung, selbst in schwierigen Gras- und herausfordernden Bedingungen. Kartonverpackung Der Trimmer ist durchdacht in Kartonverpackung verpackt, um eine sichere Lieferung an Ihre Tür zu gewährleisten und gleichzeitig unnötigen Abfall zu minimieren. Benutzerfreundliches Design, das kabellose Design, der ergonomische Griff und die leichte Bauweise machen die Verwendung des Trimmers komfortabel und bequem. Erleben Sie reduzierte Belastung und Ermüdung während längerer Trimsitzungen. Umweltbewusstsein Mit seinem kabellosen Betrieb und effizientem Schnitt ist dieser Trimmer eine umweltfreundliche Wahl zur Pflege Ihres Gartens. Auf Platz einhaben wir den Einhell Power Exchange GCT. Wir stellen vor, den Einhell Power Exchange GCT 18 die Akku Rasentrimme, das ultimative Werkzeug für mühelose und präzise Rasenpflege. Mit seinen modernen Funktionen, vielseitiger Leistung und dem mitgelieferten Akku und Ladegerät ist dieser Trimmer darauf ausgelegt, Ihre Gartenpflege auf ein neues Maß an Bequemlichkeit und Effizienz zu heben. Beeindruckende Rotationsgeschwindigkeit Mit einer beeindruckenden Rotationsgeschwindigkeit von 8500 U-Minute, Umdrehungen pro Minute, bewältigt dieser Trimmer problemlos überwachsene Bereiche und bietet eine präzise Schneidleistung. Hochleistungs-Lizium-Ionen-Akku Der GCT 18 Li arbeitet mit einem robusten 18 Volt-Lizium-Ionen-Akku und liefert zuverlässige Leistung für effizientes Trimmen. Im Lieferumfang befindet sich ein 2,5 Ampere-Stunden-Akku, der ausreichend Laufzeit für längere Trimmsitzungen gewährleistet. Blumenschutz für Präzision Ausgestattet mit einem Blumenschutz sorgt dieser Trimmer dafür, dass ihre empfindlichen Pflanzen und Blumen beim Trimmen unversehrt bleiben. Diese Funktion fördert Präzision und verhindert versehentliche Beschädigungen. Müheloses Trimmen Angetrieben von einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku bietet dieser Trimmer eine konstante und zuverlässige Leistung, sodass selbst anspruchsvollste Trimmaufgaben mühelos erledigt werden können. Angetrieben von einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku 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 Angetrieben von 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 Lithium-Ionen-Akku Vielen Dank.